hallo und willkommen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von galactic science bei mir dabei ist wie immer da unten ist er exidians moin blöderweise ist hier kein optifind drauf so dass ich ran zoomen kann mal runter die spinnen draußen gehen wir gerade auf lassen nehmen die maus der unteren maschine die drei oben rechts raus hab ich hast eine neue quest abgeschlossen was ich neben star container kakaobohn also ich bin für kakaobohn star container bräuchten wir nicht nicht weil wir ja hier einen auch stehen haben richtig reintritt und theoretisch müssten wir den ja noch mal bauen irgendwo habe ich gelesen naja kakaobohnen hast du die bäune nicht für die kann man aber rankriegen ja stimmt warte mal einfach mal gucken setzlinge und zwar brauchen die dschungel wird die hier dafür braucht cellulose cellulose habe ich oben wenn ich sie nicht schon kaputt gemacht habe ansonsten wird die cellulose einfach mal wieder hergestellt weil das problem ist es nie cellulose wird gemacht aus sauerstoff wasserstoff und kohlenstoff oder aus holzplanken oder aus holzplanken stimmt ja mal hier unten scheiße ich hab schon ich will aber auch ein bisschen was machen ich hab's doch nur da ist er so noch mal kurz das litium machen weil ich immer noch das braucht so und jetzt noch cellulose hier rein so zwölf setzlinge damit hat sich die kakaobohnen auch schon 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 bewährt mal schauen und irgendwas ist noch an mussten du also damit die schneller wächst aber ich glaube das funktioniert mit der in die linie doch mit der in die linie funktioniert das aber dauert ich habe hier oben nochmal 30 bleibt drin gehabt okay was kann man eigentlich aus wasserstoff machen die bank fühlt sich die bank fühlt sich ja stimmt da fällt mir was ein und zwar wir haben zwar noch kein hochtechnisch technologisiertes zeug aber wir haben jede menge sterling generatoren und damit kann man jetzt die bank noch ein bisschen schneller befüllen jetzt kriegt sie nämlich schon 52 rf pro tec keine ahnung ob die konstruktion so in ordnung ist aber spaß einfach so so wir brauchen immer noch sand ne kurz alles hier rein verfahren und zwar dafür brauchten wir kohlenstoff und silizium sauerstoff und silizium never mind bis hier hast du noch mal meine satzlinge was haben wir da unten in deinem in deinem mining gang da ist ein krieger haben wir noch irgendwo ein trichter das geht mir gerade auf das dauert mir irgendwie bis zu lange was brauchst du silizium habe ich 23 jungen da mal gucken natrium ist ich habe ja salz gefunden ok cool wusste gar nicht dass salz auch in den kapustern drin ist so die bank ist natürlich wieder leer nicht aus der tür raus gehen da schön dicker creeper ernsthaft mir fehlt noch fünf mal sand dort gesagt hast du hast und noch silizium wieviel 23 die mops ich mir mal das klingt zu gefährlich da draußen guck mal hier was denn wir haben ja hier glas drin eine spinne mit dem sauerstoff da ist ein skelettreiter dabei ok also wir brauchen immer noch silizium ohne ende ich habe erst 16 mal sand entsprach 20 für die für die für die aufgabe wir brauchen einen besseren ofen irgendwie warum ach weil das mir zu lange dauert menschen eben mal den eisenüberzug angucken das ist wieviel eisen man dafür braucht das ist auch tiefstes mittelalter hat das war jetzt zu viel verdammt und wieviel silizium brauchst du für einmal sand 4 8 2 4 8 12 16 und ja du hast gerade richtig gehört 16 pro sand mhm und wieviel fehlen 4 ich mache mir schnell ist dass das eisen hier unten fertig damit wir uns auch ein eisen offenbaren können ich glaube da geht nämlich ein bisschen schneller von der verarbeitung her bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher ja 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 ich gebe ich mal nur klar war den diamant haben na gut passen na ja ich habe ihn so aluminium eisen aus dem ich extra auch das vermisse ich bei vanilla und das ist zeug automatisch wie runter geht wenn du es und das alle hast also schon gesagt einige mats könnten die eigentlichen vanilla fest einbauen wie zum beispiel den 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 hangover holt oder wieder ist und beim service krafter sind da gerade kaputt gegangen mein hammer also meinen steinhammer naja ups 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 alle ganz schon zweimal jetzt sonnet herstellen So, und jetzt haben wir ungefähr 64 Sticker-Stack-Eisen Okay Und Eisen kriegst ja hier auch noch aus FE Hm Die Bank füllt sich Das ist doch schön Ja, weil jetzt gerade hier oben nix am Laufen ist, deswegen Ja, weil ich habe unten die Maschinen am Laufen noch Beziehungsweise jetzt gerade nicht, weil leer gerade war So Damit hätten wir jetzt erstmal unsere Eisenprobleme behoben Okay Ist in Ordnung Ah, hier oben haben wir auch noch mal sieben Eisen Das Rezept ist bloß so schweineteuer Oh, ich merke mal, oh Gott Voll drüber Voll drüber Ne, ich habe gerade mal meine Sauerstoffanzeige angeguckt Oh Hm Ne, du hättest mich bestimmt gleich gewundert, warum kriege ich einen Schaden Haha Haben wir irgendwo noch ein bisschen Eisen Ja Gut, reicht Ich hoffe, ich mache das jetzt so richtig Jo Dann tust du den Hammer dann oben in die Kiste Ja Mach ich in welchen, die oben hier In die hier Ne Oben In irgendeiner da Aufsache der liegt da drin Ich tue den gleich hier in die erste Kiste rein, wo die drei Spitzungen noch drin sind So Neuer Ofen Ich habe 48, 51 Silizium gerade Und ich habe einen neuen Ofen Oh ja Oh ja Oh herrlich Guck dir das mal an Das geht wesentlich schneller Oh Jesus Wie viel Silizium? Äh Etwas über 50 Ah, warte eben bis ich den 64er Stack habe 54 Noch in der Maschine Ähm SE 56 Ja Aber ich habe glaube ich kein Koffer mehr Und dann mal gucken, ob das jetzt reicht Und dann gibt es mir das Sonntag von meiner Hand Mal schauen, ob ich Es fehlt immer noch zwei Aber es fehlt an was anderem Und zwar an Oh Gott, war das jetzt Sauerstoff? Jo, Sauerstoff Hast du hier unten? Ne, habe ich schon Und hast du die Kiste? Habe ich schon, habe ich schon Achso Wie viel Silizium fehlt? Nix, nix Wir haben, ich habe einen kompletten Sunsteak jetzt Also den, den wir brauchen Dann klick mir mal her Ja, darf ich erstmal die Aufgabe beenden? Das wäre toll Nö Halt die Klappe Äh, linken oder rechten Rewardback? Ich nehme mal den rechten Nö, ich nehme den rechten Nö, ich nehme den linken Link auch Und das segelt runter, der Sand Na, das war jetzt mal wieder Premium von mir Und, kannst du klar abgeben? Ja Ich schaffe Creeper Ich habe was besseres rausgekriegt Was denn? Ein Lava-Tank Hey So Das war es jetzt erstmal wieder für die Folge Wenn es euch gefallen hat Ich würde mich über ein Daumen, Abo oder ein Like sogar sehr freuen Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid Hier bei Galactic Science Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen Und wir sehen uns dann das nächste Mal Dann tschüßen Tschö 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 Untertitelung des ZDF, 2020